Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti, können wir erstmal zumachen. Und heute kommen wir, nachdem ich einst Jeff Nipperts Rückenranking kommentiert habe, einfach nur, was er dazu sagt, zu meinem persönlichen Rückenranking. Ich werde jetzt also alles in eine Tabelle werfen, hier von Schulnoten 1 bis 6, beziehungsweise, wie es nun mal modern gemacht wird, von A bis F. alle Rückenübungen, die mir bewusst sind als solche und die ich anerkenne, ranken. Das heißt, ihr werdet am Ende herausfinden, was die besten Rückenübungen sind und die schlechtesten meiner Meinung nach. Und das Ganze richtet sich nach, nach welchen Maßstäben mache ich das mal? Ähnlichen wie seinen. Ich gehe vor allem erstmal von einer maximalen Effektivität und Effizienz aus. Was heißt das? Ich habe die Möglichkeit, mit möglichst wenig Einsatz isoliert einen bestimmten Muskel so zu trainieren, dass es einen Muskelaufbau gibt, einen guten Reiz setzt und natürlich auch eine Kraftsteigerung geben kann. Diese drei Dinge bedingen sich oft. Da hängt schon sehr viel drin. Wie gut kann ich zum Beispiel auch isolieren? Wenn es eine Übung ist, die den Rücken mit aufbaut, aber gleichzeitig auch die Beine und die Arme, dann fällt sowas schon mal negativ aus. Zusätzlich muss es auch möglich sein, genauso wie bei Jeff Nippert, fand ich ein ganz gutes Kriterium, das gut tracken zu können. Kann ich überhaupt dort sehr gut eine Kraftsteigerung, beziehungsweise immer generell eine Progression mit erfüllen? Oder ist das kaum möglich? Ist das schwerer möglich? Dann natürlich eine gewisse Möglichkeit der Range of Motion. Range of Motion ist nicht immer ausschlaggebend. Da findet ihr auch Videos auf diesem Kanal zu. Aber dennoch ist es natürlich toll, wenn ich die Möglichkeit einer Range of Motion habe. Wenn ich nicht von Anfang an anatomisch so eingeschränkt bin, dass ich diese gar nicht ausreizen kann. Ob ich sie dann nutze, ist immer noch eine andere Sache. Und letzten Endes natürlich das individuelle Ding, fühlt es sich für mich gut an. Und das werde ich dann auch immer nebenbei erwähnen, ob eine Übung letzten Endes eher ein Gefühl von mir ist oder ob ich ganz klar sage als Personal Trainer, nein, lass die Finger davon, das andere ist besser. Und nun kommen wir direkt zu meinen Rankings. Fangen wir an mit Klimmzügen. Hier würde ich normalerweise sagen, eine der absoluten Grundübungen für den Rücken. Auf S. Sofort auf S. Schiebe es aber dann mal zu A runter, denn es ist letzten Endes nur der Latissimus. Das ist nur ein Teil des Rückens und deswegen nicht das Ganze. Obwohl es auch überall natürlich reingehört. Das ist eine saubere Übung, die könnt ihr überall machen am Spielplatz. Das ist eine sportliche Übung. Und gleichzeitig, selbst für große, große, dicke, schwere Bodybuilder, die machen nicht so viel wie bei Liegestützen. Obwohl es eine Körpergewichtsübung ist, eine Bodyweightübung, kann man hier nicht zu weit ausrasten. Kaum einer macht dann da 20, 25 Wiederholungen, außer er ist darauf spezialisiert, weil er Kletterer ist. Aber kein Bodybuilder macht eigentlich sauber so viele Wiederholungen. Wir halten uns also in einer gewissen Range hier noch auf. Notfalls nimmt man da noch ein Gewichtsgürtel dran. Aber reine Klimmzüge ohne Gewichtszusätze oder sonst was sind eine wahnsinnig gute Übung, die einen echt guten Reiz setzen. Nur eben leider die kleinen Nachteile rein Latissimus vom Rücken. Und eben, man kann das Gewicht nicht so gut kontrollieren. Deswegen am Ende trotzdem noch A bei mir. Dann gehen wir mal weiter im Latzug-Bereich. Latzug breit zur Brust hin. Also die typische Übung allerdings zur Brust, die in den Rücken rein, gibt es nicht. Kriegt das aus dem Schädel. Diese Übung ist schlichtweg schlecht und falsch. Punkt. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ich muss sagen, bei der Variante, die typische mit dem breiten Griff, hatte ich nie ein sehr gutes Gefühl. Die Bauchmuskeln können, wie bei anderen natürlich auch, aber ganz besonders hier, relativ gut mit unterstützen. Das muss gar nicht sein, will ich gar nicht. Aber man muss auch einfach lernen, wie man dann am besten greift, wo man die Ellbogen hält und dergleichen. Kann toll sein, aber hatte ich nie das beste Gefühl. Deswegen tue ich das hier nur in B. Ganz anders, Latzug eng bis mittelbreit. Also alles, was ihr so im Kammgriff haltet. Da kann ich mich wesentlich besser drauf konzentrieren. Kann es, weil ich nicht so breit greife, viel besser vor meinen Körper führen. Und es halbwegs vor den Körper zu führen, ist wiederum gut für den Latissimus. Ich kann ihn dadurch besser aktivieren. Besonders mit der Technik, dass ich den Winkel zwischen Unterarm und Oberarm vergrößere, ist das noch besser möglich. Gibt es auch schon Videos auf dem Kanal. Und ihr aktiviert den Latissimus dadurch noch besser. Und jetzt kommen wir schon zu einer Trendübung. Dazu gibt es auch schon bereits ein Video hier. Einarmiges, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Kabellattzug. Wo die Leute sich davor hinknien und dann so richtig schön reinfühlen können in den Muskel. Diese Übung gehört definitiv in D, mindestens. Weil man einfach keine richtige Bodybuilding-Übung hat. Wenn ihr euch da zu weit steigert, dann kommt ihr völlig aus der Balance raus, werdet nach vorne gerissen. Wozu? Macht ihr das Ganze mit einem Sitz und könnt euch abstützen, dann sieht das Ganze schon anders aus. Dann würde ich es in B tun. Braucht man immer noch nicht und könnt ihr woanders machen. An einer normalen Latzugstation könnt ihr auch einarmiges machen. Wenn ihr das unbedingt so machen wollt, ja, da kann man ein gutes Gefühl rausholen. Aber es ist kein Sorglos-Paket mehr. Deswegen höchstens von den Latzug-Varianten unter B. Aber die Variante, wo ihr das frei macht und nicht mal ein Polster davor habt, lasst es einfach sein. Es ist einfach, die ist einfach bescheiden. Dann haben wir noch die Maschine. Latzug an der unilateralen Maschine besonders. Und da würde es ebenfalls wieder für mich ein S geben. Hier schiebe ich es mal wieder auf A runter, weil es dann doch wieder nur aus dem gleichen Grund ein Latissimus ist, den wir damit trainieren und nicht der komplette Rücken. Da haben andere einfach einen Vorteil und ich muss es einfach so ranken. Aber es ist ein dickes, dickes, dickes A. Für mich die beste Latissimus-Übung. Da habe ich ein besseres Gefühl als bei jeder Kabel-Variante. Und die Maschinen gefallen mir schon ziemlich gut. Es ist einfach perfekt. Und ihr habt trotzdem noch genug Möglichkeiten, mit dem Körper nach vorne und hinten zu wippen, um das Ganze zu variieren. Aber sehr gut kontrolliert das Ganze. Toller Radius. Und je nachdem, welche Maschine es natürlich ist, fühlt es sich für mich einfach perfekt an. Dann haben wir noch die typische Front-Lattzug-Maschine. Das ist eine ziemlich spezielle Form, aber kriegt deswegen definitiv auch ein A. Fühlt sich gut an, geht genau da, wo sie hin soll hin. Man muss eben nur mit dem Gewicht aufpassen. Für viele ist es sehr schwer, vor allem auf den ersten Zentimetern das Gewicht rauszuheben. Aber es ist eine tolle Spitzenkontraktion. Und nun kommen wir zu den Ruderübungen. Rudern am Kabel. Rudern am Kabel eng. Es ist so eine der absoluten Klassikerübungen. Vielleicht mit einer Lattissimus-Zugübung ist das die Rückenübung, die jeder kennt. Und hier haben wir den ersten Kandidaten für S. Und der bleibt auch da. Was hat das eine Stufe vor den erwähnten S-Möglichkeiten wie Lattzug und Klimmzüge? Ganz einfach, es aktiviert wesentlich mehr von dem gesamten Rücken. Müsste ich mich also entscheiden, was nur die einzige Übung ist, um den Rücken auszubauen, dann ist Rudern wesentlich besser. Denn während ihr bei dem einen einfach nur die Bälle unterm Arm bekommt und dort in die Breite geht, weil es der Lattissimus nun mal so simuliert, so habt ihr hier wirklich fast alle Rückenmuskeln drin. Und deswegen ist es viel komplexer, viel größer. Ihr könnt trotzdem ein wahnsinniges Gewicht draufladen und an der Kraft einiges machen. Und ihr könnt wirklich ein gutes Gefühl dafür entwickeln, je nachdem, wie ihr die Handwinkel haltet, je nachdem, wo ihr ansetzt, ob ihr es mehr nach oben zieht oder nach unten zieht. Alles tolle Variationen, alles hat seine Gültigkeit, alles möglich mit dieser einen Übung. Dann haben wir natürlich noch die breiten Varianten des Ruderns, ebenfalls am Kabel. Auch hier könnt ihr euch abstützen und auch hier könnt ihr einen anderen Teil aktivieren, habt die Ellbogen weiter oben und weiter auseinander. Definitiv eine A-Übung, nicht ganz so gut, weil es nicht so das Sorglos-Paket ist und so viel Kraft draufkommt. Da müsst ihr wesentlich weniger Gewicht bewegen. Aber definitiv noch eine absolute A-Übung. Und jetzt kommen wir zu allen möglichen Varianten von Rudern mit einem Polster davor. Das heißt, ihr könnt euren Körper abstützen und euch einfach nur noch auf das Rückziehen konzentrieren. Kleiner Nachteil, der hier zu erwähnen ist, gegenüber zum Beispiel engem Rudern, ist, dass ihr eben nicht auch noch zusätzlich den unteren Rücken aktiviert habt. Aber, ich habe es schon eingangs erwähnt, auch noch ein Vorteil ist, dass gleichzeitig, da ihr isolierter an den Rücken rangehen könnt, nicht die Belastung auf dem unteren Rücken habt. Das heißt, selbst für Leute, die verletzt dort sind oder da aufpassen müssen, die haben da nun mal nicht das Problem mit und müssen das Ganze aufrechthalten. Die können einfach nur nach hinten ziehen und bauen einen geilen Rücken auf. Deswegen absolutes S. Ja, das ist eine Übung, da kann ich auch Jeff Nippert damals aus dem Video nur zustimmen. Das ist so ziemlich das Beste, was ihr für euren Rücken machen könnt. Zusätzlich das Sorglos-Paket und das kann man in allen Varianten machen. Dann gibt es natürlich noch die Variation, das Ganze einarmig zu machen. Auch das ist ein S. Das hat Vor- wie Nachteile. Nachteil ist, dass es natürlich ein bisschen mehr Zeit kostet. Vorteil hat es, ihr könnt die Range of Motion nochmal ein wenig extra ausweiten. Ihr könnt euch reindrehen und dann auch nochmal einen anderen Reiz setzen. Ich muss sagen, so ziemlich mit besten Pump habe ich bei einarmigen Rudern. Enges, einarmiges Rudern wäre für mich die absolut beste Variante davon. Macht Spaß, gutes Gefühl, könnt die Kraft steigern. Wirklich eine Hardcore-Übung. Dann gibt es noch die spezielle Upright-Row. So, habe ich jetzt erst kennengelernt. Das heißt, dass der Winkel so ist, dass ihr tendenziell ein wenig nach oben zieht. Und auch das ist für mich, ja, mal wieder, wird langsam überfrachtet da oben, ein absolutes S. Das Schöne ist, der Teil eures Rückens, der euch wirklich oben muskulös und breit macht und im Tanktop gut aussieht, der Schultergürtel, gibt es auch ein Video zu, der wird dadurch extrem gut angesteuert. Und das auch noch mit einer Masseübung. Also nicht nur wie bei Reverse Butterfly mit irgendwelchen Isolationsübungen mit relativ wenig Gewicht. Nein, absolut cool. Als ich das erste Mal das in einem Video von Kevin Leroney gesehen habe, wie er diese Upright-Row macht, seitdem wollte ich es immer haben. Und ja, ich spüre es. Einarmig cool, beinarmig cool, macht Spaß. Und jetzt kommen wir zu einem Spezialfall. Reverse Butterfly. Zum einen sage ich, Reverse Butterfly gehört in jeden Trainingsplan immer. Habe ich immer dabei. Es gibt keine einzige Trainingssession, in der Reverse Butterfly nicht dabei ist. Wenn man das jetzt hört, würde man sagen, oh, dann ganz klares S. Aber nein, nicht als Masseübung. Auch nicht als reiner Finisher. Nein, irgendwo was dazwischen. Aber schon immer hinter im Training, hinten dran. Und ich muss sagen, wenn man jetzt wirklich danach geht, was ist die Übung für den Rücken, wie gerade schon beim engen Rudern erwähnt, was ist die Übung, die den Rücken am besten rausknallt, dann gehört Reverse Butterfly ganz sicherlich nicht dazu. Isolierter, feiner, filigraner. Aber es ist einfach eine ganz andere Bewegung. Eine der ganz wenigen, wenn nicht die einzige, tatsächliche Isolationsbewegung für diesen entsprechenden Schultergürtelteil des Rückens. Aber eben keine Masseübung. Deswegen kommt es eigentlich auf A, weil es in jeden Plan gehört. Aber ich schiebe es noch zu B runter, weil es eben, oder es ist irgendwas dazwischen, weil es eben A in jeden Plan gehört, ja. Aber B nun mal nicht die Übung schlechthin ist. Und da sind andere wesentlich besser. Dann haben wir Überzüge am Kabel. Für mich die beste Warm-Up-Übung. Spüre ich wirklich gut den Muskel. Gut den Muskel spüren heißt aber nicht, ich werde davon am meisten aufbauen. Man muss deinen Körper so sehr im Balance halten, dass es als richtige Kraftübung, wo ich nur 6, 8 oder 10 Wiederholungen mache, gar nicht funktionieren würde. Ginge gar nicht. Und das macht dann so keinen Sinn, dass das definitiv eher eine C-Übung ist. Fürs Warm-Up gut, Gefühl reinbringen gut, Blut reinbringen gut. Aber das war es auch. Masse werdet ihr dadurch nicht aufbauen. Ihr müsst alles im Balance halten. Und es ist keine Sorglos-Übung. Man muss es wirklich wissen, wie man damit den Muskel ansteuert. Dann haben wir noch Überzüge an der Maschine. Schon wesentlich besser. Mehr der Sorglos-Faktor drin. Kommt für mich auf B. Warum nicht auf A? Aber letzten Endes ist es nur ein Teil des Lattissimus, den man damit ansteuert. Also wirklich sehr speziell. Und dann auch noch sind andere Hilfsmuskeln mit da drin. Ein wenig der Trizeps wird immer da drin sein. Die Schultern rotieren ein wenig durch, was nicht für jedermann Sache ist. Es gibt die schöne Nautilus-Maschine, die jetzt auch wieder in Mode kommt. Und die finde ich absolut Hammer. Also die würde ich wirklich sogar auf S oder auf A tun. Rein für den Lattissimus. Deswegen muss es wieder nach unten etwas weiter. Aber eine super Maschine, die den Lattissimus so rausquetscht wie kaum etwas anderes. Dann haben wir noch eine Hardcore-Übung. Langhantelrudern. Raw Iron. Ihr habt einfach diesen Metallberg und müsst den nach oben ziehen. Vor allem Dorian Yates kommt uns da in den Sinn, der das ziemlich aufrecht gemacht hat. Aber halte ich nach wie vor für eine der absoluten Grundpfeiler Masseübungen. Kommt trotzdem nicht in S, sondern nur in A. Denn sie ist auch A ein bisschen gefährlich, weil man eben dieses schwere Gewicht hochhalten muss. Man muss den richtigen Winkel treffen. Und der untere Rücken ist in ständiger Dauerbefeuerung und Belastung. Zwar isometrischer Natur, aber man muss es die ganze Zeit hochhalten. Also im Gegensatz zu einem Polster, den man hat, ist das etwas schwieriger dabei. Die beste Variante davon, würde ich sagen, ist es mit Absetzen des Gewichts. Zwischendurch setzt ihr ab, konzentriert euch nochmal Luft rein in die Lungen und dann nochmal hoch damit. Das 4-5 Mal ist eine gute Sache noch hinterher. Insofern gar nicht großartig, diese Dauerbefeuerung zulassen vom unteren Rücken. Sehr gute Variante. Und jetzt kommen wir zur absoluten Königsdisziplin für die meisten von den richtigen Hardcore-Bodybuildern da draußen. Kreuzheben. Kreuzheben wird gerne immer mehr unter hintere Bein- und Gluteusübung reingesetzt. Aber Fakt ist, es ist immer noch die Rückenübung, die den ganzen Rücken irgendwo mittrainiert. Ja, teilweise auch isometrisch, deswegen ganz anders als andere Übungen. Aber ich habe da immer am meisten im Rücken gespürt, unterer Rücken auch, aber auch der obere. Und mein Nacken ist davon explodiert. Das heißt, irgendwas muss es schon mit dem Trapez gemacht haben. Ist also auch eine sehr bedenkliche Übung. Ist die gefährlichste Übung, die es überhaupt gibt, noch gefährlicher als Kniebeugen. Und das war auch bei mir in den gefährlichsten Übungen drin. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Rein von der Effektivität wäre es für mich vielleicht sogar ein S. Ja, eine der absolut krassesten, besten Rückenübungen schlechthin. Aber ihr müsst wissen, worauf ihr euch da einlasst. Und es geht auch ungefährlicher und isolierter. Dann haben wir natürlich noch die Variante Rackpuls. Ist genau das gleiche. Also am Ende tue ich Kreuzheben in A rein. Und Rackpuls ebenfalls in A. Das ist sogar die etwas ungefährliche Variante, wo trotzdem genau dieser obere Teil des Rückens mittrainiert wird, den man damit trainieren möchte. Denn ich möchte nicht nur den unteren Teil damit trainieren. Und dann haben wir noch die spezielle Meadow Row. Benannt nach John Meadows, den Mountain Dog, der leider verstorben ist. Und eine Variante, die im Prinzip eine Improvisation ist. Man nimmt ein Trainingsequipment für eine Mischung aus Kurzhantelrudern und Maschinen einarmigen Rudern, um dort einfach nur das auf eine andere Art zu machen. Aber diese Art funktioniert. Es ist ein wirklich tolles Gefühl. Man kann es besser greifen. Besser als Kurzhantelrudern. Und muss sagen, ist für mich definitiv ein A. Fühlt sich gut an. Solltet ihr mal alle ausprobieren. Mal sehen, ob es für euch auch was ist. Größter Nachteil dabei ist, ihr müsst Selbstbeerbalance halten. Und das ist mir oft zu nervig. Meine Beine, meine Waden, alles ist so angespannt. Will ich eigentlich gar nicht. Und dann kommen wir auch zum Kurzhantelrudern. Für mich eine Übung, die ich ewig gemacht habe früher. Sehr hoch gesteigert habe. Die eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ist. Aber die ich jetzt in den letzten 15 Jahren gar nicht mehr gemacht habe. Warum? Alleine das vorne aufstützen, tut meinem Handgelenk weh. Ich benutze wirklich recht viel Gewicht da drauf. Mein Rücken ist sehr stark geworden. Irgendwann nehmt ihr 50 Kilo da. Und dann ist es nicht schön für mein Handgelenk, das Ganze zu halten. Ich muss mich unglaublich darauf konzentrieren, die Balance zu halten. Und habe kein Sorglos-Paket da drin. Und wenn ich es dann auch noch so ein bisschen mehr weiter nach hinten ziehen möchte, es ist einfach schwer. Warum nicht direkt an der Maschine? Bringt für mich genauso viel, wenn nicht gar mehr. Deswegen dieser ganze Aufbau, die Kurzhanteln dahin, dann wieder zur anderen Seite zu rollen und sowas, lasse ich ganz weg. Diesen Stressfaktor brauche ich nicht. Deswegen gehören die für mich eigentlich irgendwo zwischen, ja, effektiv können sie sein, wenn man sich darauf konzentrieren kann, A, aber würde sie zu B definitiv tun, weil am Ende einfach zu viele Umstände dabei sind, die man nicht braucht. Dann haben wir eine ganz klassische T-Bar-Übung. Die ist enge T-Bar-Rudern. Jeder denkt da an Ronnie Coleman. Und muss sagen, das ist eine Übung, egal wie klassisch sie auch ist, die gehört für mich in C. So wenig Range of Motion. Ich fühle es wirklich nicht. Eine krasse Belastung für den unteren Rücken, weil man wirklich dazu neigt, großes Gewicht drauf zu tun. Und irgendwie habe ich weder eine richtige Peak-Kontraktion, noch einen richtigen Stretch unten drin, weil ich dann sonst meinen unteren Rücken zu sehr belasten muss. Und dann knallt man sich auch noch diese Kurzhantelrollen immer so davor. Auch das schränkt einen unheimlich ein. Geht gar nicht für mich die Übung. Also C und das ist sogar noch gnädig. Und dann haben wir den Face-Pull. Und der Face-Pull gehört für mich zu den mit den unnötigsten Übungen. Eine Instagram-Übung. Da könnt ihr weder eine Balance halten, noch wirklich Gewicht dran tun, dass ihr damit Muskeln aufbaut, sondern auch wieder nur höchstens Blut reinbekommt. Eine echte Blödsinn-Übung braucht man nicht. Es ist höchstens therapeutische Werte da drin, wenn man was an den Schultern machen muss. Eine Muskelaufbau-Übung hat hier nichts drin zu tun. Würde ich schon fast aus der Liste rauslassen. Aber so tue ich es einfach in D rein. Und damit haben wir hier die komplette Liste. Und jetzt bleibt nur noch übrig, was ist die absolut beste Übung für mich? Die Nummer 1, wenn es nur eine gibt. Die S-Plus-Übung. Und was ist die absolut schlechteste Übung? Die schlechteste, habe ich gerade schon erwähnt, Face-Pulls. Nehmen wir das mal vorweg. Ist einfach keine Muskelaufbau-Übung. Und wenn es in diese Liste überhaupt reinkommt, dann ist das die schlechteste Variante. Genauso wie das einarmige Kabellattzug, kann man genauso dazu zählen. Macht einfach gar keinen Sinn. Die beste Übung schlechthin, ihr könnt es wahrscheinlich schon ahnen von meinem Text vorher, Rudern am Kabel eng. Das ist eine Masseübung. Das ist eine Übung, die den kompletten Rücken aktiviert. Würdet ihr nur die machen, würdet ihr irgendwann einen krassen Rücken haben. Eine, die man wirklich gut steigern kann, woran man seinen Fortschritt tracken kann, allgemein beim Training und beim Rückentraining. Und gehört einfach immer wieder in den anspruchsvollen Trainingsplan. Wer das Ganze auch noch mit anderen Muskelgruppen sehen möchte, der meldet sich jetzt bitte zu Wort in den Kommentaren. Ansonsten schaut hier mal rein, was ich zu Jeff Nipperts Bewertung gesagt habe, der verschiedenen Rückenübungen. Und ansonsten abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Shorts kommen jetzt auch regelmäßig. Ich hoffe, die gefallen euch. Und liked das Ganze, wenn es euch gefallen hat. Jetzt bin ich mal auf eure Nummer 1 und 2 gespannt. Ihr könnt natürlich auch alle anderen ranken, aber was ist die Nummer 1 und was ist die schlechteste Übung für euch, das interessiert mich vor allem. Macht's gut, bis bald, euer Gotti. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen.